Neue Folge Es geht weiter, wir verpissen uns hier von dem Bohr Arca Station Arca Station Arca Station Ardent Jedder Hast du leider nicht geschafft Leider umgekommen Das ist nicht gut Ich habe anscheinend einen verpasst Super, wo bist du? Eine Art Wartungstrumpen Ich bin auf der anderen Seite Geh einfach weiter, du bist fast in der Kolonie Scheiße, ist das ärgerlich Sogar zwei Sachen habe ich verpasst Der hat zwei Loks gehabt, der Hohenzorn Und einen Schlüssel Ach fuck, Alter Bist jetzt alle gefunden und den habe ich jetzt nicht gefunden Das ist ärgerlich Das ist richtig ärgerlich Scheiße Äh Das hätte so gut laufen können Sie haben uns gesagt Dass uns ein neues Leben erwartet Ja klar Mann Wohlher derselbe alte Scheiß Ich meine ist doch so Auch mit Doppelschichten komme ich kein Stück weiter Fuck Es tut mir wirklich leid, dass es so lange dauert Ich hasse den Gedanken, dass du noch auf Helix festhängst Ich verspreche dir, ich hole dich da bald raus Du fehlst mir Ja Ich bin in der Kolonie, wo bist du? Siehst du den Lichtturm? Wir treffen uns dort. Lichtturm, alles klar. Derenbaum. Ich hatte ihnen gesagt, dass das reine Zeitverschwendung ist, aber die UJC wollte ja nicht auf mich hören. Jetzt muss mein ganzes Team über Stunden schieben. Ich hoffe nur, sie finden, wonach sie suchen. Ganz ehrlich, die schaut aus. Der schaut aus wie eine Frau. Ein sauer Mann. Ja. 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 Alter, ich bin komplett leer geschossen Da sind wir viel übrig Hardcore Da sind wir Das war's für heute. Das ist alles voll. Das war's für heute. Ich bin nicht da. Ich bin unsichtbar. Wie kann das sein, dass mein Inventar voll ist? Ich hab zu viele von diesen Dingern dabei. Wo soll ich loswerden? Hä? Hä? Ich wollte das Viech killen. Geht einfach zu Leider hoch. Geht einfach zu Leider hoch. Das Gute ist, dass wir Stealth-Tuch gehen, sammeln wieder gut Munition an. Das ist sehr gut. Das Gute ist, dass wir Stealth-Tuch gehen. Ne, hier ist noch einer. Aber keine Sammelobjekte. Das Gute ist, dass wir Stealth-Tuch gehen. 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 Das ist so lächerlich. Jetzt mutiert er sich am besten gleich noch. Zum Glück nicht. Was ist diese Viecher? Richtige Kappviecher. Hast du die ID-Karte? Dann sind sie nicht so doll an. D-Karte. Untertitelung des ZDF-Tuch. Das war die Verzügel. Ich bin knowledge pallier zu. Sturmgewehr-Bauplan Der pilzt du mich Verarscht mit dem Sohn Liegen bleiben Verarscht mit dem Sohn Verarscht mit dem Sohn Das ist nicht gut Verarscht mit dem Sohn Verarscht mit dem Sohn Verarscht mit dem Sohn Verarscht mit dem Sohn Der Rimbau wieder. Ja so sieht aus. Ist hier bodenlos. Okay. Oh, das ist sowas. Ich will doch das Teil hier kaputt reden. Danke. Zum Glück haben wir noch genug Aufstandsmolition. Jetzt hab ich gar nicht nachgeguckt. Welches Kapitel sind wir jetzt mittlerweile? 3, 4, 5, 6, 7. Digga. Ich hab's gewusst, dass dieser Wurensohn... Ich hätt's wissen müssen. Eigentlich hab ich's nicht gewusst. Ich hab's mir vorhin aber kurz gedacht, wo er am Boden lag. Ja, ich hab's ausgewichen. Gut. Alter, gehen mir diese Wurensohnne auf die Saal. Das ist nicht mehr normal. Ich sollte zurück zum Aufzug. Jacob, ich... Ich hab was gefunden. Was? Komm einfach rauf. Das musst du sehen. Jetzt muss ich die auch wieder alle killen. Digga, willst du mich verarschen? Alter, die Spawnpunkte sind hier der letzte Dünnpfiff. Ich schieß gegen die Wand, Digga. Gegen die Wand. Verreckt doch endlich mal, verreckt doch endlich mal. Nein, muss ich noch 20 mal drauf schicken. Wenn er nie wohnen. Mach mich jetzt abrasiv, mach mich das. Nochmal hier. Zack. Nochmal. So unglaublich lächerlich Oh Das hat er überlebt, ne? Ja, das hat er überlebt. Jetzt kommt er ruhig in so ein Bier hier hoch. Das ist für Wichser. Ja, das ist für Wichser. Das haben wir jetzt mal runtergeworfen, wenn diese Hurensöhne gleich kommen. Wir können diese Wichser zumindest mal keine Auge machen. Digger, wo ist das hingeflogen? Ist weg. Ich hab's doch hier runtergeworfen. Einfach weg, Digger. Alles klar. Das ist so unglaublich, was der sucken, du, am Boden. Das ist das, was der Wichser. britische Brudel Ich denke, wir können losgehen. Dann führte Donnie auf den Dächern. Yannick Sage. Ich denke, wir werden hier auch wieder welche verpassen. Ich denke, wir werden hier auch wieder verpassen. Wahnsinn, was die Sonne. Ich glaub, da montiert sie noch, ne? Unglaublich. Unglaublich. Das sah kurz aus wie ein Schacht wieder, aber es ist ein Fernseher gewesen. Ist nichts mehr. Warte mal weiter. Warum antwortet sie nicht? Digger, vier Schrotflintenkugeln. Kannst du dir nicht ausdenken. Boid Redwalk. Die UJC versammelt alle auf dem Hightown Square, um sie dort zu impfen. Endlich kommen wir hier raus. Alles klar. Das Vieh vorbeigerannt. Ich hasse diese Viecher. Ich hab ein bisschen Frameprobleme gerade, ne? Aber schon das Öfteren im Spiel. Also ich glaub, dass das nicht wirklich ganz so stabile 60 FPS immer sind. Du mutierst dich im Scheiß, Junge. Das war doch nicht stark. Nein, 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 nein! Ach so. Sieg gesagt, ich schadebar. Okay. Okay. Das war's für heute. Der stirbt doch mal. Das mutiert der Hürden sich auch noch. Der Mission mehr. Guck dir das mal an. Ich hab keine Mäzungen mehr. Alter, was die schlucken, ist nicht mehr normal. Ich muss mir eine Waffe wechseln. Crazy, crazy, crazy. Oh, die Waffe ist leer. Ja, ich kann nicht mehr. Oh, die Waffe ist leer. Oh, deine Waffe ist leer. Oh, die Waffe ist leer. Oh, ich bin. Oh, die Waffe ist leer. Oh, die Waffe ist jetzt leer. Das Spiel hat hier gerade echt Frame-Probleme. Jigwan Park. Beruhigen Sie sich bitte und beantworten Sie meine Frage. Wann war der erste Kontakt? Bitte, was ist der Tore? Okay. Ich möchte nicht den Leider hoch. Ich möchte an den Erste-Hilfe-Kasten. Lass mich da bitte hinspielen. Sturmgewehr haben wir jetzt zusammen. Das sieht echt cool aus. Die UJC haftet nicht für eventuelle Defekte. Abgeschlossen. Megageil. Danke, Arbeiter. Gegenstand aus Druckfertigung entnehmen. Wie mache ich das jetzt so? Für das Upgrade wird es nicht mehr reichen. Dann mache ich noch die Automatik-Pistole schnell, dass wir die auch mal haben. Druck vor Verwendung überprüfen. Das sieht für mich eher aus wie eine Revolver. Aber voll nach einer Revolver. Sieht so ein bisschen aus wie die Revolver von Seraph. Aus Black Ops. Hier kann ich noch ein bisschen den Schaden erhöhen. Bei der Aufstands-Stroh-Fünde. Können wir eigentlich machen. Dann zwiebeln wir die auch ein bisschen besser rein. Oh. Passt. Sagen wir mal ein Schumengewehr. Okay. Wirklich. Ich komme näher. Ah, da ist er doch. Digga, bitte. Ich gehe nicht. Ihr schickt mit sich. Ihr habt sie getötet. What the fuck? Was für eine Idiotin. Oh. Was hat die für Probleme auf einmal? Okay. Schon gut. Entschuldigung. Alles gut. Bist du sicher? Du siehst nicht gut aus. Ich war in ihrem Kopf. Hab ihre Erinnerungen erlebt. Da war ein Ausbruch. 75 Jahre. Genau wie das, was im Gefängnis passiert. Sie töteten alle, um es einzudämmen. Alle. Das sind keine Unfälle. Es ist immer gleich. Blech ein. Europa. Ähm. Zusammenfass. Woh. Wieder so einer. Alter. Scheiße. Nicht schlecht. Der hat uns den Kopf kürzer gemacht. Ich bin hier gerade mal. 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 Boah. 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 Sehr gut. Oh, ist das uncool. Alter, Schmiede. Böses Viech. Ich hab kurz gedacht, das Viech hat die gekillt, Alder. So, ich muss das machen, wir machen die Kante. Also hier, wieder zusammen, wir machen die Kante. Seitel�ter daughter. So, kam einато feder, hat die Kante.